Weiter geht's! Beinahe hätten wir es geschafft, beinahe hätten wir die Leistung unter 10 Minuten geschafft. In Flammenstunden unter 10 Minuten geschafft. Und Chakaboo! Cool, sind wir gestiegen? Blö. Herzkocherstab, mhm, lecker, lecker, lecker. Ja, aber befreie mal du den Typen und ich gebe dann die Quiz ab. Warte, ich komme dir zu helfen, oh schade, du hast es schon geschafft. Lämmchen, nein, der Name wurde mir leider geklaut, als ich kurz den Charakter wechseln wollte. Deswegen habe ich Lämmchen nicht mehr. Bäm, und da bäm, und 18, 19. Achso, ich bin schon vor 18 beim Trainer geworden, genau. Hast du irgendwas vor da hinter mir? Hör an, nein. Achso, sie spielt mit Metern halt, hör auf damit, das nervt. Du darfst gerne albern, aber hau nicht auf mein Headset. Nein, aber ich höre das über meine Ohrmuscheln sehr laut und das irritiert mich. Und wenn ich irritiert bin, dann kann ich die Tränen nicht. Ja, es ist nochmal so. Ey, das gibt es überhaupt nicht. Ich bin jetzt gleich schon Stufe 20. Ich dachte, ich nehme jetzt so eine Stunde auf oder zwei. Und steige dann eben mal auf Stufe 20. Nee, jetzt bin ich irgendwie schon, ich glaube, ich werde in der Indie steigen. Nicht durch das Level. Könntest du mir dich mal verziehen? Du störst meine Webcam. Ach nee, und woher, wer hat reingesprochen bei mir? Das Reinsprechen bemängel ich auch nicht. Aber meine Webcam kriegt schon Schweißperlen auf der Stirn. Oh, leck. Ne, jetzt geht's. Deviant. Ich glaube, bei Deviant... Zunächst mal nimmst du dir selbst meine Web... Nimmst du meine Webcam einfach zu dir und fertig. Das ist meine Webcam, Brüder, hab ich gesagt. Das ist meine Webcam. Da habe ich meine Duftmarke draufgesetzt. Logitech. Na und? Ich habe da drauf gepupst. Jetzt ist es meine... Duftmarke gesetzt. Was haben wir überhaupt schon... Ah, es sind neue Leute. Ne, der ist gleich... Wispus ist gleich... Ah, ne, ist genau dieselbe Gruppe. Das erlebt man tatsächlich... Also ganz ehrlich, wenn man die Gruppe nicht vorher zusammengesucht hat, ist es sehr selten, dass man zweimal mit derselben Gruppe irgendwo reinkommt. Also dass nicht mindestens einer lief, aber scheinen alle glücklich zu sein. Ich könnte wenigstens mal die My Little Pony Figuren raussäulen. Ja, Twilight! Äh, das ist ja gar nicht das aktuelle Modell. Sie hat ihre Flügel ja noch gar nicht. Ja, jetzt habe ich eine Pinkie Pie auf dem Kopf. Ich habe eine unendete Rolle, ey. Ey. Gut, also wenn ihr wirklich denkt, die Videos sind interessant, dann schaut euch mal den Livestream an. Bei da habe ich jetzt gerade Pinkie Pie auf dem Kopf. Und die wackelt beim Reden. Im Übrigen mal so Werbefachung. Kaufen sie sich halt die Chittichis Burger und nehmt sie 200 Wackel mit nach Hause. Das war so geil. Wir gehen so in Friedstedt, so in Hamburg, so einfach mal so ins Einkaufszentrum, und so gucken, so bei Burger King so vorbei wegen Burgern und so. Und was sehen wir uns so total als Wackel und so. Und da haben wir uns alle drei geholt. Wange abgeschlabbert. Wange ab... Iiii, sie mischt das an mir ab. Iiii, Iiii. 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 Aber es ist doch schön, wenn man... Aaaaaaah. Eine Freundin hat, bei der man die Fange abschleppern darf. Ich liebe dich. Ja, sie hasst mich. Und heute ist Gegend, Alter. Wuhu. Moment, dann habe ich gerade gesagt, ich würde dich hassen. Sehen mich die Leute im Livestream auch? Ist der Schlimme, wenn man sie Kimiko-Lynx nennt. Die heißt auch jetzt anders. Sie heißt jetzt Engelchen der Liebe. Und sie ist meistens ein bisschen verstimmt. Verdient. Absolut verdient. Also ganz ehrlich, nennt ihr... Nennst ihr, wie ihr wollt. Nur Schatz ist mein Spitzenab. Hallo, mein Schatz, ich will dich. Ich bin der Einzige, der dich will. Ups. Ja, sie... Oh mein Gott, sie ist meine Schatz-Tonne. Das ist ja ein geiler Spitzname. Schatz-Tonne. Was hat Dings hier geschrieben? Big Pada. Er schreibt Schatz-Tonne. Ich werde bekloppt. Ich weiß es nicht, frag ihn doch. Ich weiß es auch nicht. Also beim nächsten Mal, wenn er im Livestream ist, solltest du ihn unbedingt rauskicken. Das ist zu weit entfernt. Da steht doch, Schatz-Tonne-Smiley. Ich bin doch nicht bescheuert. Verdammt, sie guckt doch rein! Du kannst lesen! Nein, 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 nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Haus ab! Geh weg, geh weg! Oh! Ups, wie ist das denn passiert? Wie ist meine Hand denn da hingekommen? Aua. Sie hat mich wehgetan. Hör auf, da... Das ist ausgeliehen, du Arsch! Ja, und? Muss nicht mehr erklären. Du kannst doch nicht einfach meinen Edna-Bericht auszerbröseln, dass es ausgeliehen ist. Na und? Um zu schlippern. Schatz-Tonne. Gott sei Dank, mich überhaupt kümmern nicht mehr auf. Ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, dass ich das nicht mache. Nein, ich zappele! Aber ich verspreche dir, ich werde morgen keinen Philipp essen. Wieso Philipp? Kein Zappel-Philipp! Nein! Ich pader, du hast verschissen, es tut mir leid. Ich will aber nicht verschissen haben. Ich werde jetzt etwas trinken. Ganz ehrlich, Leute. Wir wohnen jetzt schon seit drei Monaten in dieser Wohnung. Sie ist noch nie so oft zu meinem Platz rübergekommen wie jetzt. Die Live-Kamera bringt's. Ich muss unbedingt Schlangflaumen einsam. Ey, die Nasen-Wichs-Kopf-Granaten, die nehmen wir alle weg. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ey, meint ihr Nasen-Wichs-Kopf-Granaten? Das sind meine Schlangen-Flaumen-Pflanzen, die hier wild wachsen und mir gehören und so. Sucht ihr Mitbewohner? Ja, okay. Aber wenn du die Miete zahlst, komplett, dann darfst du gerne in der Badewanne stehen. In der Nacht. Das wird ganz bestimmt nicht bei uns einziehen. Ich kann das nicht plündern. Was, wieso kann ich die nicht kirschen? Er hat schon gefragt, ob er in der Fesen kann man wohnen. Ey, wieso kann ich die nicht... Kann ich denn mal bitte jemand komplett plündern? Die kann ich ja alle nicht kirschen, aber was ist das denn? Ist das denn irgendwie verwandelte Druiden oder so? Ich hab doch Kräutersuche an. Wieso? Ne, Moment, hab ich gar nicht. Deswegen achte ich auch nicht drauf. Mit anderen Charakteren hab ich sonst immer Kräutersuche. Und da werden mir diese Schlangen-Pflaumen-Dinger immer angezeigt. Ich kann mir das noch nicht tun. Also D-Wert-Bäge gibt's für alle. Okay, da brauche ich ja nicht so sehr drauf achten. Oh, der nehmt mir. Ich bedarf, danke. Ich hab's nicht bekommen, das Arschloch von Jäger hat's mir. Toll, Leder. 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 Drei Leder-Träger. Drei Leder-Träger. Wollte sie nicht ihre Stimme schon? Ja, das stimmt. In Wirklichkeit, Leute, hatte sie nur einfach keinen Bock mehr auf. Ich wollte es euch eigentlich nicht so direkt und ehrlich sagen. Aber ich finde, ihr habt die ehrliche Meinung verdient. So ab und an mal muss ich dir was sagen, wenn ich da bedürfst. So ein Unterschied zum Durchgehen. Daumen runter für Tidal Tempest. Weil sie ihre Stimme nicht schont. Und so. Also die nächsten Schlangen-Pflaumen hol ich mir. Aber ganz ehrlich, jetzt ist das Fenster schon offen. Nö, 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 nö. Ich mach ne Kopfnuss. Irgendwann in... Irgendwann bei Folge 200 oder so werde ich ein LTF-WUW-Quiz machen, weil es dann genug... Ah, ich seh nichts mehr, es blendet. Ah, ich seh nichts mehr, es blendet. Ich seh nichts mehr, es blendet. Es blendet. Ich seh nichts mehr, es blendet. Ich seh nichts mehr, es blendet. Kannst du mal wieder hin zumachen, es blendet. Ich seh den Boden nicht. Ja, scheiße. Ich seh jetzt eben nur noch leuchtende Zahlen. Oh. In schwarz. Oh, kalt. Ich erfriere... Gut, ich muss mir gleich mal angucken, was ich da bekomme. Auf jeden Fall können wir jetzt reiten und sind Stufe 20. Das heißt, ich darf meine Videos hochladen. Wahoo. Für alle, die sich wundern. Ich werde jetzt die... Keine Ahnung. Äh, blablabla. Ich muss halt überlegen, wie ich das mache, weil ich möchte nicht ständig 27 Folgen im Vorsprung sein, wenn dann irgendwer mal mit einspringen will. So, hey, LTF... Oh, danke schön. LTF, darf ich mitspielen? Ja, gerne, aber ich bin leider schon 37 Level weiter. Das ist dann mal so ein bisschen scheiße. Kriege ich noch eine Umarmung? So eine Knuddel-Umarmung? Na, mein Enkelchen? Schlage in Flau! Yum, 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 yum. Nein, sie will mich offensichtlich nicht umarmen. Sie will mich irgendwas zwischen erschlagen, erwürgen, erdrossen und abstechen. Hey, LTF, ich bin 26. Kann ich bei dir mitmachen? Ich bin Stufe 20. Ich bin nicht Stufe 25 oder 24. Sondern Hilfe, Hilfe, Aua. Mann, du kommst nicht ganz dagegen, mein Headset, die Aufnahme. Ey! Boah, ich hätte dich so nachher so abnerven, wenn du irgendwas aufnimmst. Du hast nichts aufgenommen, du hast doch was kann Livestream! Verzeih dich aus meinem Einwirkungskreis! Aus meinem Gravitationsfilm. Man, ich wirkte noch nie so anziehend auf eine Frau. Nicht mal auf meine eigene. Au! Du bist meine Verlobte, und das weißt du. Weil du einen, äh, Kaugubi-Autobatenring angenommen hast. Der war teuer! Er hat 2,50 gekostet. Das hat mir das Monster von Loch Ness. Tidal Tempest, machst du nachher auch mit Webcam? Oh nein, sie töten Crash! Dieser Arschlechtgeck muss hier aufhalten! Scheiße, meine Dolche heilen die Schildkritte ja gar nicht! So ein Pech, aber auch. Ihr solltet euch hin und wieder doch den Leistigem ansehen, aber gerade im Hintergrund teilt er bis jongliert. Sie ist so eifersichtig auf die Aufmerksamkeit, die ich gerade jetzt bekomme. Ja, aber wenn ich schon mal ein Ding, bei mir funktioniert das, dann ist... Ich zeige mich immer, ich führe nicht mehr. Du solltest dich mal wirklich nur aufnehmen, nur für das Jonglieren, so ein 30 Sekunden Video. Warum muss doch ganz leicht, du wirst es viel lustiger. Das ist gar nicht langweilig. Oh, ich erkenne so gut wie gar nichts. Oh, Schlangenpflaumen. Om nom 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 nom, meiner, weg da, Arschloch, aha. Oh nein, ich muss ja den Schnitt machen.